Die FDP-Staatssekretärin Katja Hessel droht dem deutschen Volk. Im BR sagte sie folgendes. Ab 2023 müssen wir die Schuldengrenze wieder einhalten. Dies sei im Koalitionsvertrag festgeschrieben und dementsprechend arbeite das Kabinett auch bereits an einem Haushaltsplan für 2023, der die Neuverschuldung wieder beschränke. Das Sparen fängt jetzt an. Christian Lindner stellte sich bereits darauf ein, dass nicht alle Wohlstandsverluste ausgeglichen werden können. Das ist ja interessant. Die FDP bereitet ja anscheinend rhetorisch schon Kürzungen vor. Und ihr könnt euch dann auch schon darauf freuen, was es dann sein wird. Entweder wir bekommen weniger Rente oder es wird weniger investiert oder unsere Sozialleistungen werden gekürzt oder was auch immer. Eines ist aber sicher. Wenn die FDP sparen will, dann wird das nicht die Großkonzerne treffen, sondern die normalen Bürger.